einen wunderschönen da bin ich auch wieder ein glück habe ich eben die pause gemacht um die codes einzugehen kam nämlich noch ein dritter code jetzt fehlt nur noch einer für die äxte und mein hauptrock ist abgestürzt ein glück die aufnahme davor war okay oh hier haben wir eShop Uplay Option Identität Datenbank das ist ein eShop hier sind diese Helix Kredits was ich euch gesagt habe Inhalte zum herunterladen freischaltbare Inhalte zugreifen 16 Objekte verfügbar US Code einlösen ich kann Code einlösen ach das ist der PSN Code okay abbrechen so freischaltbare Inhalte zugreifen da habe ich schon welche gekriegt das weiß ich versilberte pistolen installiert ach so das ist das was ich installiert habe versilberte Pistolen ist alles installiert diese Mission Preußische Wester Preußische Wester Mensch aber ich habe doch mehr als 16 da steht doch 19 eigentlich 16 Objekte ich habe aber 19 Objekte vielleicht hat er die drei jetzt noch nicht aktualisiert Inhalte zum herunterladen was die RC Produkte können nicht von Ubisoft Server gelesen werden ja das sind diese Ubisoft Probleme momentan kein Paket verfügbar es kann aber nicht sein es gibt Helix Pakete die habe ich im Store schon gesehen und den Season Pass gibt es ja auch schon Datenbank Tutorial Enzyklopädie Uplay öffnen bitte warten jetzt bin ich mal spannend ob ich von Spiel aus auf Uplay drauf zugreifen kann weil vorne hat das ja über den Browser gemacht jetzt sieht aber genauso aus bloß dass man ein Browser Fenster sieht wenn man das scheint wohl nicht zu gehen also immer noch nicht zu gehen willkommen bei Uplay gib deine exklusive Belohnung aus zurück zum Spiel Datenbank D-Sharp Inhalte zum herunterladen mal gucken das ist der hat das aber kann ja irgendwie selbst nicht gelesen werden freischreibbare Inhalte Zeitsparer Paket die habe ich auch schon gesehen Geschichte Karten was ist das irgendwas haut jedenfalls nicht hin weil ihr seht die Pakete ich habe die auch schon gesehen im Store aber hier geht es irgendwie wohl nicht Uplay ich bin aber mit Uplay verbunden ich kann nur zum Spiel gehen eigentlich müsste ich jetzt seht ihr dass Uplay sich aufbaut und dann kann ich eigentlich hier zurück zum Spiel und auf der rechten Seite kann ich mir aussuchen was ich haben will ich kann aber nur zurück zum Spiel normalerweise müsste ich jetzt hier auch auswählen können ja ich kann jetzt leider keine Einladung annehmen ich mach Fortschrittsanzeige aha okay okay scheint sehr komplex wieder zu sein aber ich würde sagen wir machen jetzt erstmal weiter da kann ich die Datenbank öffnen im Vollbildmodus ist ja auch nicht schlecht also R2 ist auch wieder rennen so wie immer hier kann er noch nicht rüber springen oh oh wo ist denn hier hin warte klar klar glaube ich jemand will krass krass oh diese Schatten kenne ich auch aus irgendeinem Spiel die mir anzeigen wo ich war ich weiß aber nicht in welchen so weißt du welche Strafe auf Stehlen steht verdammt was zum Teufel geht hier vor hab ich dich was wer hat mich du hast mich nicht geschafft hier kann ich mich nur verstecken aber ich scheine es geschafft zu haben hier wer haben wir denn hier einen Dieb nein Herr verzeiht oh okay hat nicht geklappt weil der da stand also muss ich schneller sein wie der okay gehen wir hier her Apfel stehlen ok hier war die Tür wo hier muss ich rennen scheiße hier ist er hier ist er schnell hier entlang hast du ihre Apfelgesichter gesehen ich bin Arno Elise ich begleite meinen Vater genau wie ich wichtige Geschäfte mit dem König was machen wir als nächstes hier hier drin werden sie uns nie suchen es war meine Schuld ich hab den Apfel genommen mal sehen wo die hingehen was soll ich denen folgen oder was ich beeile mich ja schon ich bekomme ich hier hin garantiert hier kann ich nicht mehr rennen hier macht er automatisch normal Gang komisch dass m Ich komme mit, Junge. Arnaud, Arnaud, sieh mich an. Tut mir leid, Leute. Einladung zu testen? Nee. 13 Jahre später, okay. Da ist er älter. Kannst nicht ehrlich verlieren. Also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht doch. Die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang, du tust dir noch weh. Sieht aber echt geil aus. Ich soll weg, ich soll wegrennen, dann rennen wir mal weg. Oben steht mein Pinch. Endname. Cool. Also das läuft hier definitiv schonmal alles flüssiger. Und dann fischen durch. Und dann fischen durch. Dann fischen durch. Dann fischen durch. So, wo ist er? Da. So, jetzt. So, jetzt soll ich abholen. Auf lokalen. Ich könnte das. Na? Ich bin jetzt mal die Pause. Dann fischen. So. So. Sieht auf jeden Fall alles schonmal flüssiger aus. Oh, Datenbank. Okay. Das ist ja geil. Kann man sich jetzt hier richtig... Oh, hier ist ja Blut. Kann man sich jetzt hier richtig bewegen in den Häusern? Geile Sache. Oh, ist das eine Kiste? Mit diesem... Ja. Erfolgreich registriert. Und nu? Ach, das ist dieses Identitäts-Ding, was auch bei Einstellungen mit bei war. Spielinhalte freischalten. Woke habe ich. Das habe ich voll. Das habe ich voll. Das habe ich... Die habe ich alle. Aha. Verdiene EP und Level, um das Assassin's Creed-Spiel freizuschalten. Okay. Entwickeln. Okay, ich kann mich weiterentwickeln. Oh, die Rüstung sieht geil aus, die schwarze. Die will ich haben, die schwarz-rote. Ah, jetzt... So. Schaffen Sie sich Ihre Identität und sehen Sie sich Ihre Fortschritte Assassin's Creed Universum an. Okay, machen wir das mal. Ich bin nur Vizen-Profil, okay. So, kann ich das jetzt hier auswählen? Kann ich nicht. Aha. EP, Belohnungen. EP-Überblick. Gucken wir mal, Belohnungen. Montur. Perfekt. Aha. Das sind verschiedene Sachen. Ach du Scheiße, wie viel sind denn das? Holla. Liere. Also, Geld. Da ist nochmal eine Montur drin. Liere. Das ist ja geil. Also, das ist definitiv besser als vorher. Hier habe ich zwei Sachen. Okay. Erfolgreich. Okay. Deswegen aber hier nochmal gucken. Ne, das war das nicht. Optionstaste. Wart. Identität. Öffnen. Das ist ja geil. Man findet jetzt Liere und sowas drin. Das ist ja neue Avatar freischalten. Tägliche Übung. Aha. Kann ich noch nicht machen, aber hier neue Avatare freischalten. Gucken wir mal nach. Neue Avatare. Neue Identität und Titel. Machen wir neue Avatare. Ich bin hier jetzt Novize. Achso, die kann ich noch gar nicht aussehen. Oh, geil. Okay. Wenn ich jetzt hier Conner haben will, kann ich noch nicht, oder? Die erste Sequenz in Assassin's Creed Black Flag beendet. Ich habe die erste Sequenz beendet. Was soll denn der Scheiß? Steht mir zu. Das ist mir jetzt zu hoch. Ich denke mal, das ist wegen den Uplay-Servern. Oh, meine Stimme kommt langsam. Aber wenn die wieder funktionieren, denke ich mal, dass das dann auch funktioniert. Identität. Warum muss ich immer, wenn ich, wieso muss ich da immer wieder neu rin gehen? Ich dachte, der Kreis ist doch zurück eigentlich. So. Hier kann ich noch nichts machen, aber hier will ich noch mal gucken. Da gibt es aber viele. Oh, Ezio. Was muss ich für Ezio machen? Promotionscode für Mac. Actionfigur. Was ist denn die McFaline-Actionfigur? Ich gucke jetzt mal, wer das ist. Edward Kenway. Maya-Outfit habe ich ja. Promotionscode für Mac. Actionfigur. Edward mit Maya-Montur benutzen. Ich habe Edward mit Maya-Montur benutzt. Also das weiß ich definitiv. Ich habe es aber ganz schön viele. Blackbeard ist auch cool. Code Assassin's Creed Black Flag. Promotionscode des Assassin's Creed Black Flag. Ich verstehe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es doch. So, Evelyn. Das ist Evelyn. Actionfigur. Promotionscode der MacFaline-Actionfigur Evelyn benutzen. Soll ich eine Actionfigur benutzen? Das ist mir alles gerade noch ein bisschen zu hoch hier. Coming soon. Also das kommt noch. Novizen-Techniken üben. Das kommt alles noch. Assassin's Creed Spiele. Null EP von zwei. Wieso habe ich hier null EP? Das kommt Coming soon. Also das kommt noch. Rogue habe ich. Das muss ich noch spielen. Freedom Edition habe ich auch. Keine Spieldaten. Keine Spieldaten. Keine Spieldaten. Keine Spieldaten. Keine Spieldaten. Ich habe von allen. Zwei auch. Gut, eins habe ich nicht wirklich gespielt. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch gerade. Warum das nicht Funk zernuckelt. So, dann werden wir mal aber hier weitermachen. Wir interagieren. Die Verbindung zu Ubisoft-Servern wurde, die Verbindung zu Ubisoft wurde wiederhergestellt. Alle Online-Features. Truhe. Das ist nur zugänglich für Novizen ab Level 11. Ab 11? Weiß nicht. Stehe ich nicht. Also das ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Jetzt gucken wir, ob er mir jetzt die Spiele anzeigt. Jetzt hat er ja wieder verbunden. Immer noch eins. Belohnungen. Abzeichen. Abzeichen. Oh, noch nüscht. Null EP. Ich verstehe es nicht. Ich habe überall Spieldaten und drei habe ich Platin. Revelation habe ich Platin. Brotherhood habe ich Platin. Hier habe ich Platin. Ist mir ehrlich gesagt zu hoch. So. Wo kann ich die scheiß Kiste denn nochmal suchen, ey. Klasse. So. Da soll ich hin. Sieht schon echt agiler aus, wenn der hier rumläuft. Und wo auf Gottes Erden hast du dich gesteckt? Hab ich dich, du kleiner Scheißer. Nur ein kleines Missverständnis. Kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen Gemeindieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie Chaussee wird sich dieser Waffe bestimmt gerne annehmen. Welche Sache, Olivier? Ähm, eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messier. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor wird trügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Der ist mir schon sympathisch. Mit dem redest du? Mit mir, Messier. Also bei Connor hatte ich am Anfang von drei. Der hatte total Probleme. Edward war schon wieder so ein Liebling von mir. Den habe ich echt gemocht. Aber der kommt mir auch schon sympathisch rüber. Das siebte? Ein anderer Zeit vertreibt ihre Gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Beleitung? Oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh auf Olivier einer... Bitte grüß dich. Oh Gott. So. Fortfahren. So, jetzt würde ich aber sagen, da das Video jetzt auch schon wieder 27 Minuten ist und ich weiß nicht, wie groß die anderen waren. 13 Minuten und 5 Minuten, da bin ich bei 18, wird das erste 18 Minuten, ist das wenigstens schnell um, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen Cut mache, dass das einzeln hochgeladen werden kann und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Video. Bin mal echt gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.